The Thief in the Temple Escapism in the pre-apocalyptic era Hallo und willkommen zu dem Podcast im Schatten. Dies ist eine weitere Folge von Der Dieb im Temple, Escapismus in der pre-apokalyptischen Ära. Hier erwartet dich eine weitere Dosis Weltflucht, Kunst, Misanthropie, Melancholie und Depolarisation im Zeitalter des Homo economicus cretinus. Auch heute wird es um verschiedene Beiträge gehen. Zum einen ein Film aus den 80er Jahren, der letzte Film eines großen Regisseurs. Um ein Triple Album, ebenfalls aus den 80er Jahren und um einen Kultcomic aus den späten 90ern. Fangen wir an. Film Talk Der Film basiert auf einem Roman des Thriller-Bestseller-Autors Robert Ludlum, dem wir auch andere Formate verdanken wie die Matlock Papers oder Born Identity. Sam Peckinpah ist vor allem durch häufig zitierte Klassiker wie Wild Bunch berühmt, bekannt für seinen unkonventionellen Regiestil. In den 80ern war er ziemlich auf den Hund gekommen. In Deutschland wurde er damals durchaus nochmal populär durch seinen vorletzten Film Convoy mit Chris Christopherson, der in den 80ern sehr oft im deutschen Fernsehen gezeigt wurde. Er starb nur ein Jahr nach der Veröffentlichung von The Osterman Weekend. Der Film ist vollgepackt mit großartigen Darstellern jener Jahre wie Rutger Hauer, John Hurt, Helen Shaver und Dennis Hopper, Meg Foster, Craig T. Nelson, Chris Sarandon, Casey Yates und in einer Nebenrolle Burt Lancaster. Das hier ist kein perfekter Film und doch ist es durchaus eine interessante Zeitkapsel der 80er Jahre und ein Film, der seine ganz eigene Faszination mitbringt. Und es ist durchaus ein Film, dem man eine Menge Subtext nachsagen kann, den ich hier hoffentlich korrekt identifizieren werde. Doch vorweg ein gewohnter Blick auf die DVD-Box, respektive ihre textliche Rückseite, die Inhaltsangabe in Form eines Teasers. Ich lese. Actionreicher Spionage-Thriller vom legendären Kultregisseur Sam Peckinpah nach einer Vorlage von Bestseller-Autor Robert Ludlam. Vor einem gemeinsamen Wochenende mit seinen alten Freunden, in Klammern Craig T. Nelson, Dennis Hopper und Chris Sarandon, erfährt der TV-Journalist John Tanner, gespielt von Rutger Hauer, von dem FBI-Mann Fassett, John Hurt, dass seine Freunde KGB-Agenten sind und eine Verschwörung planen. Um diese zu überführen, willigt Tanner ein, sein Haus verkabeln und überwachen zu lassen. Als seine Freunde eintreffen und schnell bemerken, dass etwas Merkwürdiges vor sich geht, eskaliert die Situation und das Wochenende wird für alle Beteiligten zu einem tödlichen Albtraum. Mit Star-Besetzung und einem überraschenden Ende gelingt es Bloody Sam, dem Meister der kontroversen Rache und Gewaltorgien mit seinem letzten Werk ein würdiges Erbe zu hinterlassen. Soweit die Box. Für mich steht fest, dass dieser Film das Sujet eines Agenten-Thrillers aus den Zeiten des Kalten Krieges nur als eine Art hauchdünne Verkleidung trägt. Das interessantere Thema des Films ist Voyeurismus. Die Obsession von Menschen, die sich mit geheimer Überwachung anderer beschäftigen und in diesen Betrachtungen eine emotionale Erlebniswelt finden. Und das ist eigentlich gar nicht so abstrakt, wie man denkt. Hätte die Welt seinerzeit besser aufgepasst, wäre es den meisten nicht entgangen, dass Edward Snowden berühmt für seine NSA- und CIA-Überwachungsleaks sehr ausführlich darüber berichtet hatte, dass es unter den Abteilungen dieser Geheimdienstorganisationen durchaus ein lebhaftes Intranet-Spiel gibt, wo man sich die neuesten oder auffälligsten Nacktfotos, Schwanzfotos und Muschi- und Tittenfotos hin und her schickt, die man eben beim Herumschnüffeln auf den Handys und Computern von Leuten zu tausenden fand und brav archivierte. Und nein, ich habe seinerzeit nicht wirklich mit einem kollektiven Aufschrei der Welt gerechnet. Ich bin ja ein kulturpessimistischer Mysantrop. Schon vergessen? Natürlich lassen die Leute das mit sich machen. Der NSA hat seinerzeit das Handy der Kanzlerin abgehört und es auch noch zugegeben. Gab es da eine Empörung? Wurden zeitweise deutsche Diplomaten aus Washington abberufen, um mal etwas Kante zu zeigen? Natürlich nicht. Submissiv ist nun mal submissiv. Und submissive Menschen nehmen es hin, wenn jemand hinter ihrem Rücken über ihren peinlichen Nacktfotos kichert. Ihr wisst, was ich jetzt sagen werde, oder? Doch das nur am Rande. Im Ostermann-Weekend werden die Überwachungsaufnahmen zu einem Fetisch, den sich die ketterauchenden Überwacher mit stoischem Ernst reinziehen. Doch in ihrem Blick lässt sich die erotische Lust am Beobachten nicht verbergen. Insbesondere das Schlafzimmer muss immer perfekt mit Kameras ausgestattet werden, von allen Seiten. Sam Peckinpah ist hier ein wenig hyperbolisch, um seinen Punkt zu unterstreichen. So sind die Videoüberwachungssysteme hier ein wenig zu komplex und aufwendig, als es in der Realität wohl wäre. Einerseits, weil er sich auch dann weiterhin einer filmischen Sprache bedienen kann, indem er zwischen einzelnen Überwachungskameras hin- und herschalten und somit Schnitte erzeugen kann. Zugleich will er damit die obsessive, vehemmendste Überwacher betonen, die sich eben mit einer Kamera im Schlafzimmer nicht zufrieden geben. Es müssen mindestens drei sein, sodass der Akt von allen Seiten und Richtungen abgefilmt werden kann. Dieser Fetisch manifestiert sich in dem CIA-Agenten Lawrence Fassett, gespielt von John Hurt, der hier darstellerisch eindeutig herausragt und eine großartige Performance abliefert. Fassett erlebt emotionale Höhen und Tiefen bei dem Blick auf den flimmernden Überwachungsbildschirren. Das Beobachten anderer Leute wird zu seiner Identität, denn in der allerersten Szene des Films sehen wir ein komplexes Multi-Angle-Überwachungsvideo von ihm selbst, während er Sex mit seiner Frau hat, die dann, während er unter der Dusche steht, von zwei KGB-Agenten überwältigt und mit einer Giftspritze getötet wird. Was Fassett nicht weiß, der CIA wusste von dem geplanten Anschlag und ließ es gewähren. Fassett wird durch diese Erfahrung zu einem blutrünstigen Jäger von KGB-Spionen. Das tödliche Sexvideo, das die Ermordung seiner Frau zeigt, befindet sich ebenso in seinem Besitz, wie es sich im Besitz seines Vorgesetzten, gespielt von Burt Lancaster, befindet. Fassett kehrt immer wieder zu diesen Aufnahmen zurück, sei es als Ausdruck emotionaler Sehnsucht oder um sich selbst anzustacheln. So deckt er schon bald Omega auf, ein Netzwerk aus amerikanischen KGB-Mitarbeitern, allesamt in gehobenen Positionen, einige sogar vermögend und einflussreich. Die angeblichen Spione sind zugleich eine Clique alter Schulfreunde, die früher miteinander durch dick und dünn gegangen sind und die nun in ihren mittleren Lebensjahren, die meisten verheiratet oder geschieden, alle paar Jahre zu einem Treffen zusammenkommen, das sie als das Osterman-Wochenende bezeichnen. Es ist vielleicht nicht übertrieben zu sagen, dass eine weitere Gesellschaftskritik in diesem Film darin besteht, die Menschen daran zu erinnern, dass Bildschirme grundsätzlich ein extrem manipulatives Medium sind und wir es eigentlich besser lernen sollten, sie auch auszuschalten, um das echte Leben da draußen noch zu erfahren, insbesondere da das Leben doch sehr kurz ist. Der Film suggeriert das Gefühl eines Simulacrums, das im Film durch unzählige Fernsehapparate und Überwachungsmonitore einen Ausdruck findet. All das macht den Film erstaunlich aktuell, gerade in unserer Zeit. Etwas, das man einem Film von 1983 kaum zugetraut hätte. Interessant ist in diesem Kontext der Soundtrack, der von Lalo Schifrin stammt und nach Bullitt ist das schon der zweite Film mit seiner Musik, den ich hier in dieser Reihe bespreche. Sein Soundtrack zum Osterman Weekend ist ein ganz anderer, tief in den 80ern angesiedelt. Es ist im Grunde ein extrem schmalziger Jazz-Funk-Soundtrack, den man genau dafür eigentlich kritisieren möchte. Doch dieser seltsame Soft-Porno-Vibe, den Lalo Schifrin hier erschafft, passt auf eine faszinierend bizarre Art und Weise perfekt zu der Thematik des Films. Bevor du dich zum Fernseher stürzt oder zum Amazon-Einkaufskorb, es ist wichtig zu verstehen, dass dies vermutlich der am wenigsten geschätzte Film von Sam Peckinpah ist. Ein Streifen, der grundsätzlich von Kritikern verrissen wurde. Und wenn ich hier ein wenig die Lanze für den Film breche, dann tue ich es unter der Prämisse, dass du verstehst, dass es manchmal faszinierend sein kann, eben fehlerbehaftete Kunstwerke zu betrachten und ihnen eine Chance zu geben und sie zu studieren. Wir leben in einer hyperpolarisierten Zeit, in der alle immer alles beim geringsten Anzeichen von Mangel abschreiben und für ungültig erklären. Das ist aber eine etwas langweilige Einstellung, wenn auch sehr zeitgeistig. Und es überrascht nicht, dass die größten Regisseure der Filmgeschichte, wenn nach ihren Lieblingsfilmen gefragt wird, sehr oft Streifen benennen, die andere als ungenügend oder zumindest als schräg oder seltsam beschreiben würden. Ich erwarte also von jemandem, der hier meinen Vorschlägen folgt, die Fähigkeit, ein wenig aus der eigenen Haut zu wachsen und durchaus in einem Film nach Trüffelstücken zu suchen, anstelle sich nur an den Fehlern oder Mängeln abzuarbeiten. Und somit, ja, The Osterman Weekend ist als Spionage-Thriller ein ziemlicher Verhau, bei dem man sich an einigen Stellen verwundert hinter dem Ohr kratzen muss. Und bei näherem Hinsehen ist es eben kein richtiger Spionage-Thriller, sondern mehr ein Film über Obsessionen und über Freundschaften und ihren unaufhaltsamen Zerfall. Da ist einerseits die Unmöglichkeit, die großartigen Momente unserer Jugend noch einmal mit selber Intensität wiederzuerleben, ungeachtet dessen, wie sehr wir es versuchen. Da ist aber auch die Korrosion von Beziehungen angesichts einer neuartigen Medienlandschaft, die uns umgibt. Vieles hier ist symbolisch gedacht und reflektiert unsere Süchte und Sehnsüchte, aber auch unseren moralischen Verfall. Und die gelegentlichen Plotholes, und die sind in der Tat vorhanden, tragen immerhin zu einem angemessenen Gefühl von Paranoia, das eindeutig zu diesem Film dazugehört. Somit ein Meisterwerk ist es nicht. Doch es ist ein verdammt interessanter Streifen, auf seine ganz eigene, etwas seltsame Art und Weise. Es ist ein Sam Peckinpah-Film und ihr wisst somit, was das bedeutet. Lange Zeitlupeneinstellungen bei Schießereien, langsam fallende Menschen, das gehört zu Sam Peckinpahs Handschrift. Übrigens stelle ich fest, dass das Booklet zur DVD einen kurzen Essay über den Film und über Sam Peckinpah besitzt, der gar nicht so schlecht geschrieben ist. Also warum nicht mal kurz vorlesen, bevor ich zum nächsten Thema übergehe. Der Aufsatz stammt von Mike Siegel, dem Autor von Passion and Poetry, einem biografischen Buch über Sam Peckinpah. Ich lese also mal. Für 30 Jahre von 1954 bis 1984 war die Filmindustrie Sam Peckinpahs berufliches Zuhause. Doch beinahe ein Viertel dieser Zeit konnte er seine Profession als Filmemacher nicht ausüben. In jenen langen Jahren wollte niemand dem Troublemaker Peckinpah ein Filmprojekt anvertrauen. So findet man in Peckinpahs Filmografie nur 14 Spielfilme. Regisseure mit ähnlich langen Karrieren haben nicht selten doppelt so viele oder kaum mehr Filme in ihrem Oeuvre vorzuweisen. Doch kennt und versteht man Sam Peckinpahs Wesen, so betrachtet man diese Dinge anders. Es ist eher ein kleines Wunder, dass der Regierebell so viele Filme im Hollywood-System realisieren und, noch wichtiger, entscheidend prägen konnte. In der heutigen Jahrsager-Hierarchie der Hollywood-Studios würden Peckinpahs arbeitslose Phasen wohl den Großteil seiner Karriere ausmachen. Kinofilme und ihre Vermarktung werden heutzutage auf die Wochenendstimmung von Teenagern zugeschnitten. Dramaturgische Qualität ist weniger gefragt denn je und als langen Arm der Produzenten würde man wohl zuallerletzt an David Samuel Peckinpah denken. Sam Peckinpah wurde am 21. Februar 1925 in Fresno, Kalifornien geboren. Seine Familie väterlicherseits betrieb eine Sägemühle in den Wäldern von Sierra Nevada. Ein kleiner Berg namens Peckinpah Mountain ist bis heute stiller Zeuge dieser Zeit. Sam Peckinpahs Kindheit und Jugend wurde jedoch entscheidend vom Großvater mütterlicherseits dominiert. Denver Church war einst ein Pionier des Westens gewesen. Nun war er Rancher und Kongressabgeordneter geworden und sorgte dafür, dass Sams bibeltreuer Vater, Boss David Peckinpah, eine Anwaltskarriere anstrebte. Auch Sam Peckinpahs älterer Bruder, Denver Peckinpah, wurde Anwalt und schließlich sogar Richter. Der junge Sam versuchte sich in diese Welt einzugliedern und die vermittelten Familienwerte sollten ihn auch nicht mehr loslassen. Doch die Kreativität in ihm bahnte sich ihren Weg. Er entschied sich für ein Künstlerleben außerhalb des Familienclans. In den späten 40er Jahren studierte Sam Peckinpah Drama und Regie. Nach erfolgreichem Abschluss arbeitete er zuerst als Theaterregisseur und dann als Assistent für Regisseure wie Don Siegel und Jacques Tourneur. Seine eigentliche Karriere begann dann in den späten 50er Jahren, als er als Drehbuchautor für die erfolgreichen Western-TV-Serien Rauchende Colts, Gunsmoke und Westlich von Santa Fe, The Rifleman, Aufmerksamkeit erregte und bald bei einigen Episoden Regie führen durfte. Die von Peckinpah inszenierten Folgen waren von außergewöhnlicher Qualität und so verwundert es nicht, dass ihm der Sprung auf die große Leinwand schnell gelang. Sacramento, im Original Ride the High Country von 1962, eine liebevolle Hommage an seinen Vater, die Pioniere und das Sterben des Alten Westens überzeugte auf ganzer Linie. Bereits sein nächster Film entwickelte sich allerdings zu einem Albtraum von gigantischen Ausmaßen. Ein kurzfristig enorm reduziertes Budget entflammte einen Dauerstreit zwischen Peckinpah und Produzent Jerry Bressler, der dazu führte, dass Peckinpah sich nicht an den Drehplan hielt und Sierra Carriber im Original Major Dundee von 1964 als den Großfilm inszenierte, der ursprünglich geplant war. Bressler rächte sich unsinnigerweise an Peckinpah, indem er den Film völlig verstümmelt in die Kinos brachte. Peckinpah galt von nun an bei den Studio-Chefs als Quertreiber. Nur Monate später wurde er wegen kreativer Differenzen vier Tage nach Drehbeginn seines nächsten Films Cincinnati Kid 1965 durch Regisseur Norman Jewison ersetzt. Das Telefon verstummte. Fast drei Jahre musste Sam Peckinpah warten, bis er wieder auf dem Regiestuhl Platz nehmen durfte. Er nutzte die Gelegenheit und schuf mit The Wild Bunch 1968, einen der umstrittensten und gefeiertsten Filme aller Zeiten. Als wollte er die verlorene Zeit aufholen, arbeitete er in den folgenden neun Jahren ohne nennenswerte Unterbrechungen und inszenierte neun Kinofilme. Es entstanden weitere Meisterwerke wie Straw Dogs in 1971 und The Getaway in 1972. Aber bereits bei seinem letzten Western Pat Garrett jagt Billy the Kid von 1973 nahm der Ärger wieder über Hand und Peckinpah entschloss sich, den großen Hollywood Studios fernzubleiben. Peckinpahs Alkoholismus und sein beginnender Kokain-Konsum begannen nun, sich negativ auf seine anspruchsvolle Arbeit als Regisseur auszuwirken. Den logisch komplizierten Convoy von 1977 bekam er schließlich kaum noch in den Griff und die daraus resultierenden Budget-Überschreitungen sorgten dafür, dass die Entscheidungsträger den Namen Sam Peckinpah von ihrer Liste möglicher Regisseure strichen. Auch war die Zeit anspruchsvoller Filmemacher dem New Hollywood durch Blockbuster wie Der Weiße Hai, Jaws 1975 und Krieg der Sterne, Star Wars 1977, Ende der 70er Jahre zu Ende gegangen. Ein halbes Jahrzehnt musste Sam Peckinpah auf sein zweites Comeback warten. Als sein Mentor Don Siegel ihn als Second-Unit-Regisseur für Jinxed 1981 verpflichtete, war Sam Peckinpahs Name plötzlich wieder im Spiel. Die Low-Budget-Produzenten Peter Davis und William Panzer boten Peckinpah an, das Osterman Weekend zu inszenieren. Peckinpah musste nicht zweimal überlegen und sagte sofort zu. Er akzeptierte Arbeitsbedingungen, die er noch zehn Jahre zuvor nicht einmal in Erwägung gezogen hätte. Das Produzententeam hatte große Probleme mit der Finanzierung des Projektes auf die Beine zu stellen. Um Peckinpah unter Kontrolle zu halten, gestattete man dem Filmemacher nicht, sein übliches Team zusammenzustellen. Von Peckinpahs Wunschkandidaten wurden nur Kameramann John Coquillian und Sams Dauerbegleiter Walter Kelly für die Crew akzeptiert. Auch in der Besetzung fanden sich nur zwei Schauspieler, mit denen Peckinpah zuvor zusammengearbeitet hatte. Dennis Hopper aus alten Rifleman-Tagen und Casey Yates aus dem Film Convoy. Jedoch zeigten viele Schauspieler Interesse daran, mit Sam Peckinpah zu arbeiten und der Regisseur war begeistert, als er von der Zusage Burt Lancasters hörte. Rutger Hauer war durch seine Rolle in Blade Runner aufgefallen und somit die erste Wahl der Produzenten. Craig T. Nelson hatte zum damaligen Zeitpunkt die Schauspielerei an den Nagel gehängt und im Dokumentarfilmbereich hinter der Kameraarbeit gefunden. Als Sam Peckinpah im selben Gebäude sein Produktionsbüro bezog, bemühte sich der Peckinpah-Fan Nelson um ein Casting. Er bekam die Rolle. Die Vorproduktion wollte Peckinpah wie üblich dazu nutzen, das Drehbuch nach seinen Qualitätskriterien umzuschreiben. Doch Panzer und Davis ließen ihn schnell wissen, dass sie beabsichtigten, die etwas konfuse und blutleere Geschichte unverändert auf die Leinwand zu bringen. Was bei früheren Produktionen in Kämpfen geendet hätte, blieb diesmal aus. Peckinpah legte sich nicht mit den Produzenten an. Er musste seinen Ruf so weit wieder herstellen, um weitere, nach Möglichkeit bessere Angebote zu bekommen. Die Dreharbeiten begannen Mitte Oktober 1982 in Los Angeles. Es war das erste Mal seit seinen frühen Arbeiten fürs Fernsehen, dass der Regisseur Peckinpah in der Hauptstadt des Films drehte. Er hatte es stets mit John Ford gehalten und Drehorte weit entfernt von Hollywood und damit dem Einflussbereich der Studio-Chefs vorgezogen. In den Hügeln von Malibu hatte die Produktion einen weiteren Hauptdarsteller des Filmes gefunden, John Tanner's House. Das ehemalige Anwesen des Schauspielers Robert Taylor wurde für einige Wochen zum Schauplatz des Geschehens. Die Besitzer untersagten der Produktion jedoch, das Haus oder den Swimmingpool in irgendeiner Weise zu beschädigen. Sie schienen das Drehbuch nie zu Gesicht bekommen zu haben. Die Renovierungen zogen sich später dann über Wochen hinweg. Die langen Drehtage und besonders die anstrengenden Nachtdrehs bei eisiger Novemberkälte konnte Peckinpah nicht mehr ohne eine Vielzahl an Medikamenten überstehen. Inzwischen trug er auch einen Herzschrittmacher und so musste er seinen Körper immer wieder kleine Erholungspausen und Ruhephasen gönnen. Doch es blieb ihm genug Kraft, um sich kontinuierlich über die Produktion und die Produzenten zu beklagen. Das nicht gerade komfortable Budget von weniger als 7 Millionen Dollar erlaubte dem Regisseur wenig Spielraum. Aber Sam Peckinpah vermied den Fehler früherer Tage und beendete die Dreharbeiten Ende 1982 ohne Drehzeit- und Budgetüberziehungen. Als die Nachproduktion begann, versuchte Peckinpah, der befürchtete, dass der Film die Zuschauer verwirren und nicht sonderlich interessieren würde, einige satirische Aspekte einzuarbeiten. Doch seine im Mai 1983 vorgestellte Schnittfassung wurde von den Produzenten verworfen und man untersagte Sam Peckinpah weiterhin am Schnitt zu arbeiten. Die innere Logik der Geschichte war nur schwer nachzuvollziehen und konnte auch vom nachfolgenden Cutter nicht entwirrt werden. Langsam zeigte sich, dass Peckinpahs Wunsch, am Drehbuch zu arbeiten, nicht grundlos gewesen war. Den Abend der Uraufführung verbrachte Sam Peckinpah in seinem Mobile Home im Trailerpark von Paradise Cove an der Küste Malibus. Die Schauspielerin Isela Vega besuchte ihn an jenem Abend. Ich kochte für ihn und wir tranken ein paar Gläser. Er fühlte sich wohl und hatte keine Lust zur Premiere zu gehen. Als der Film in den USA am 14. Oktober 1983 in die Kinos kam, befand sich Sam Peckinpah bereits auf seiner Reise nach Deutschland. Er zog es vor, in Old Europe die Werbetrommel zu rühren. Gut gelaunt präsentierte er sich der deutschen Presse und erzählte von seinem Wunsch, einen Western mit deutschen Pfadfinderinnen zu drehen. Für seine Lieblingsfilme hielt er vom Winde verweht und den Porno Deep Throat. Mit seinem neuesten Film sei er zufrieden, auch wenn es kein Sam Peckinpah-Film sei. Über seine Entscheidung, Robert Ludlungs Buch The Osterman Weekend zu verfilmen, sagte Peckinpah, es liegt ganz auf meiner Linie. Eine Idylle ist Ausgangsposition für Horror. Ich bin der Meinung, dass ich keine brutalen Filme mache. Zur Brutalität gehören Dummheit und Primitivität. Meine Helden, auch die im jetzigen Film, sind clevere, oft gebildete Leute. Ich hoffe, man würde bei diesem Film spüren, dass ich killen und auch ficken als Satire meine. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten die Wochenendgäste überlebt. Sie wären in die Schweiz entkommen und hätten eine Ansichtskarte geschickt. Aber meine Produzenten bestanden darauf, dass der Bus mit ihnen in die Luft fliegt. Das Osterman Weekend wurde ein solider, wenn auch kein großer Erfolg. Die erhofften Regieangebote blieben jedoch zunächst aus. Zwölf Monate nach der Premiere von The Osterman Weekend drehte Sam Peckinpah in New York zwei Videoclips für den Newcomer Julian Lennon. Zwei Monate danach, am 28. Dezember 1984, starb er in Los Angeles. Er war 59 Jahre alt. Sein Körper war der eines 80-Jährigen. Reden wir mal wieder über ein Album. Diesmal habe ich hier keine Vinylplatte vor mir, sondern ausnahmsweise mal eine CD. Allerdings erschien das Original dieser Doppel-CD, die ich hier habe, früher als drei einzelne Alben, die aber eine Art Reihe bilden. Ich rede von Frank Zappa und seinem Konvolut Shut up and play your guitar. Das Erscheinungsdatum dieser Arbeit ist 1981 und diese drei Alben decken die Frank Zappa Werknummern 31, 32 und 33. Und ja, Zappa ist vielleicht der einzige Rockmusiker, der eine solche Werknummerierung hat. Shut up and play your guitar waren wie gesagt drei zusammenhängende Platten oder Alben, die auch später in einer Vinylbox erschienen, aber die ich mir seinerzeit hier auf CD kaufte, wo sie aufgeteilt auf zwei CD-Discs sind. Und ich empfand eben, dass diese Art von Musik sich viel besser auf einer CD machte, ausnahmsweise. Alle meine anderen Zappa-Alben sind auf Vinyl, aber Shut up and play your guitar hat so etwas eindeutig CD-artiges für mich in der Art, wie die Musik so vor sich hinfließt. Das hier ist eine sehr thematische Platte. Und zwar, es sind im Grunde zwei Stunden lang nur Gitarren-Solos. Zappas Musik deckt ja viele Stile ab und häufig sind diese Stile kompartmentalisiert oder quasi diskret zu nennen. Das sind dann sehr thematische Alben, aber oft überlappen sich zwei oder drei Stile innerhalb eines Tracks oder Songs und nicht jeder ist ein hartgesottener Fan des Zappa-typischen Comedy-Rocks. Somit für jene, die Zappa insbesondere wegen den Gitarren-Solos hören oder wegen seinen Jazz-Rock-Instrumentals, die kommen hier deutlich auf ihre Kosten. Das ist sozusagen das Konzept des Albums. Nun, weil sich ja das kritische Stimmen gerne sagen, dass Frank Zappa als Gitarrist beim Weitmen nicht so gut ist, wie immer getan wird und wie er selbst immer so getan hat. Doch, wenn man sich dieses Album hier anhört, merkt man doch sehr schnell, dass das Musik ist, die weit hinaus geht über irgendein pentatonisches Genudel und ich liebe den Sound. Das Ganze ist ästhetisch sehr ansprechend. Wie ein Penis. Aber das ist der Punkt. Das Album ist Porno zu Zappas Gitarrenfetisch. Auf den meisten Alben, die nach 1972 rauskamen, beschäftigte Zappa zumeist einen zweiten Gitarristen und dies waren stets Top-Leute mit extremen Renommee. Und Gitarrensolos würden da mehr als gerecht geteilt. Oft schien es, als ob Zappa sich selbst herausfordert und Gitarrenduelle mit Leuten wie Steve Vai, Warren Cuccarullo, Tony Duran oder Adrian Bellew ausfechten wollte. Und machen wir uns nichts vor, all diese Leute sind bessere Gitarristen als Frank Zappa, der erst mit 17 oder 18 Jahren begonnen hatte, das Instrument überhaupt richtig zu lernen und ernst zu nehmen. Aber man muss auch die Chuzpe respektieren, sich dann derartig in den Vordergrund zu stellen. Aber für all die Kritiker und Miesmacher all das kann nicht daran rütteln, dass Zappa ein wunderbarer Gitarrist war, innovativ, humorvoll und sichtlich abgehoben. Doch in einer Art und Weise, die stets auch den Gedanken zulässt, dass er sich selbst als Gitarrist immer ein wenig satirisch sah, was man gerade bei seinen Live-Auftritten auch mal beobachten konnte. Aber sein Sound war wirklich wundervoll. Und somit dieses Triple-Album ist eben etwas für all jene, die non-stop nur Zappa hören wollen. Alle Solos hier sind reine Zappa-Solos, all die anderen Gitarristen, die sich hier die Türklinke geben, Spiel, Rhythmus-Gitarre, Zappa spielt den Lied. Diese drei Alben, die hier eben in einer Doppel-CD zusammengefasst sind, sind ein typisches Zappa-Gulasch. Sie beinhalten Aufnahmen aus mindestens fünf Jahren unterschiedlicher Quellen, Konzerte, Studio-Sessions, Jams. Bei Zappa vermischt sich dies zu einer Zappa-Zone, in der die Unterschiede zwischen Live und Studio stets verschwimmen. Da ist auch das Stichwort Xenochrony, sein Verfahren Aufnahmen zu manipulieren, Solos aus einem Mix zu entfernen und sie einem ganz anderen Mix hinzuzufügen. Das war damals geradezu revolutionär. In gewisser Weise ist Frank Zappa der Erfinder des Mash-Up-Songs oder des Bastard-Pops. Es gibt in den Aufnahmen auch Momente, die ein bisschen Müll sind und nicht gerade großartig klingen, aber das hat was damit zu tun, dass weite Teile dieses Albums letztendlich improvisierte Jams sind und das bedeutet, man muss Dinge probieren, man muss mal in eine Richtung gehen und etwas thematisch anschneiden und manchmal klappt es und manchmal klappt es eben nicht. Aber Zappa behandelt das mit einem gewissen Grad an Self-Awareness, an klarer Selbstwahrnehmung. Gerade an einer Stelle, wo ich finde, dass das Gitarren-Solo ziemlich gescheitert klingt, hat er dann ein Sample reingemischt, wo irgendwer hinter den Tonreglern plötzlich sagt, das ist ja unglaublich genial. Was eindeutig eine Art von gegen einen selbst gewandte Ironie ist. Witzig ist auch ein Track mit dem Titel Variations on the Carlos Santana Secret Chord Progression, ein Stück, das vollständig im Santana-Stil gehalten wird und sichtlich Augenzwinkern satirisch ist, aber damit auch unverkennbar. Das hier ist sicherlich eines meiner Lieblingsalben von Frank Zappa. Es hat fast etwas Meditatives, Zappa 100 Minuten lang bei seinen Solos zuzuhören. Das Album ist sichtlich nicht etwas wie im Geschmack. Ich aber stehe drauf. es ist an der Zeit mal über einen der größten Comiczeichner aller Zeiten zu sprechen. Ich rede von Daniel Klaus. Vorweg gesagt, von allen Jahrzehnten, aus denen meine Comics stammen, gibt es ein Jahrzehnt, das mir am wenigsten gefällt. Die leidigen 90er. Und das ist ein bekanntes Thema. Die 90er sind problematisch gleich aus zwei Gründen. Erstens fällt in diese Jahre die berühmte Comics Wirtschaftskrise und zum zweiten markieren die 90er Jahre den Beginn der digitalen Grafik. Dazu muss ich was sagen. Ich habe nichts dagegen, dass Comicszeichner digital zeichnen. Der Vorgang als solcher ist nachvollziehbar. Zumal Comicszeichnen so schlecht bezahlt ist und die Auftragslagen so ungünstig sein können, dass es heute eher ein bizarrer Luxus wäre, mit den Methoden der 70er Jahre Comics zu produzieren. Ich schlage da also jetzt nicht auf die Analogtrommel und am allerwenigsten habe ich ein Problem damit, dass Leute Penciling und Linien auf einem interaktiven Bildschirm respektive Zeichenbrett verrichten. Aber als ich abzeichnete, dass Photoshop und seine Vorläufer zu einem nützlichen Designwerkzeug werden konnten, griff man da einfach zu sehr in die Vollen. Es ist diese Aquarium-artige Art der Kolorierung, die mich anwidert, diese Farbgradienten, die plötzlich überall waren und total ausuferten. Comics wie Aria, wo ich nicht mal eine Seite lesen kann, ohne Augenkrebs zu kriegen. Und der Ruf der 90er und früher Nullerjahre Comics, als diese mies kolorierten, geschmacklosen Farbverlauf Orgien ist bekannt und häufig diskutiert. Nicht alle zogen zum Glück mit, aber eindeutig waren DC, Marvel und Image am meisten von diesem Stil verpestet. Hinzu kam ein neuer Zeichenstil, der sich immer mehr durchsetzte und vermutlich eine unterschwellige Wirkung von Manga war, der mir auch nicht besonders gefiel. Aber das ist dann schon mehr eine Sache des persönlichen Geschmacks und nichts, was ich nun kritisieren möchte. Die Linie muss sich immer weiter entwickeln und ich muss das akzeptieren. Ohnehin erleben wir heute wieder zunehmend die Rückkehr des Cartoon-Stils häufig weniger realistisch, aber das stimmt auch nur zum Teil. Wie auch immer, nicht alle setzten damals auf eklig ödige Kolorierung. Ich mag die 90er mit extremer Skepsis betrachten, wenn es um Comics geht, doch das ändert nichts daran, dass in den 90ern einige richtige Titanen hervorgegangen sind. Einer davon ist Daniel Klaus. Klaus ist nicht nur ein wunderbarer, ausdrucksvoller Comics-Zeichner, sondern ein waschechter Pionier des Indie-Comics. Klaus' Stil ist eigentlich recht minimalistisch und sichtlich dem Cartoon geschuldet, doch seine Linie ist extrem präzise und nicht verhandelbar. Das erlaubt ihm, mit sehr klaren, extrem aufgeräumten Zeichnungen einen hohen Grad an Emotionalität zu transformieren, ähnlich wie vielleicht Hugo Pratt, gilt auch für Klaus, dass weniger mehr ist. Der Unterschied ist allerdings, dass die Linie bei Hugo Pratt sehr instinktiv anmutet, während die Linie von Klaus von stoischer Präzision ist. Jedes Paneel fühlt sich wie eine Werbeillustration oder ein Plakatmotiv und das eignet sich eben sehr gut für den gesellschaftlichen Kommentar, der bei Klaus nicht selten ist. Daniel Klaus hat den Ruf, ein stiller Beobachter und Zuhörer zu sein. Seine Comics haben exzentrische Dialoge, die aber stets so klingen, als hätte sie Klaus irgendwo im Restaurant überhört. Es gibt in seinem Umfeld und unter seinen Kollegen tatsächlich diesen Witz, diesen Running Gag, dass jeder gefälligst aufpassen soll, was er oder sie vor Klaus erzählt, denn diese Aussagen könnten sich schon bald auf den Seiten seines Comics wiederfinden. Klaus ist damit ein extrem smarter, gewiefter Beobachter und Chronist seiner Zeit. Und doch ist da auch eine starke Menschlichkeit und Verletzlichkeit in seinen Figuren und Geschichten, die sichtlich den verfliegenden Zeitgeist transzendiert. Somit In einem Klaus-Buch mag es Stellen geben, die im Laufe der Zeit inhaltlich etwas vergilben, da sich 20 Jahre später nicht jeder gleich gut erinnern kann, welches kulturelle Paradigma bei diesen Äußerungen patisch stand. Aber das ist normal, nicht jeder Gag bei Robert Crump wird heute gleich leicht verstanden, insbesondere wenn man eben nicht in den 60ern oder 70ern gelebt hatte. Aber bei Klaus ist vieles doch auch einer universellen Menschlichkeit geschuldet. Und deshalb ist ein Comic wie Ghost World, über den ich hier sprechen will, letztendlich allen Generationen und allen Kulturen gut zugänglich. Ja, es ist in gewisser Weise eine extrem amerikanische Angelegenheit und die Story atmet und schwitzt Amerikaner an allen Ecken und Enden. Doch das sind nur einige Stimmen innerhalb eines komplexen Chors und viele andere Momente von Ghost World werden überall auf der Welt gleich gut verstanden. Im Enid und Becker, die ein zynischer, häufig besserwisserischer Blick auf die Welt und die Gesellschaft verbindet. Doch vieles an dem, was sie so sagen, mag für einen Augenblick wie ein intellektueller Kommentar erscheinen, doch bereits einige Sätze später entbuckt es sich als reines Lästern von zwei etwas herzlosen Gören. Da ist eben noch ein Mangel an echten Lebenserfahrungen, der im Kontrast zu dieser Fülle an Informationen und Pop-Art Referenzen steht, der für die Mädels alltäglich ist. Sie sind am Puls der Zeit, sie kennen alles und sie wissen alles, denn sie sind aufgeweckt und intelligent, aber sie besitzen kaum echte Erfahrungen mit dem Leben und versuchen dies eben mit Kessensprüchen und neunmal klugem Auftreten zu kaschieren. Doch sie haben durchaus einen echten Hunger nach dem Leben und wollen Dinge erfahren und durchdringen, gleichzeitig können sie aber nicht aus ihrer Haut. Großartiges Beispiel ist zum Beispiel Inids erster Besuch in einem Sexshop. Ihre Faszination für Abgründe und Schattenwelten versucht sie dann unentwegt mit einer aufgesetzten Albernheit zu überspielen. Ein weiteres Element des Comics ist eine geradezu absichtliche Abwesenheit von Auflösungen und Pointen. Viele Dinge scheinen sich kurzzeitig anzubahnen, doch werden genauso schnell wieder hastig fallen gelassen und nie richtig aufgelöst. In anderen Romanen und Comics könnte man das leicht als einen narrativen Fehler deuten, doch hier ist es pure Absicht, mit der Aufgabe ein gewisses zielloses Lebensgefühl herauf zu beschwören, das so typisch sein kann für Teenager, die im Begriff sind, das Leben als Erwachsene zu betreten. So wie das seltsame Paar, das Enid in ihrem Stammcafé beobachtet und von dem sie sich einredet, sie seien Satanisten. Klaus zeichnet den Mann absichtlich ein wenig wie eine Karikatur von Anton Sandor LaVey, doch die Sache wird nie richtig aufgeklärt und genauso fallen gelassen wie Dutzende andere Dinge, die Enid ständig durch den lebhaften Kopf gehen. Die Dialogqualität ist bei diesem Comic epochal, als hätte Klaus den Finger perfekt am Puls der Zeit, am Puls einer Generation, die aufgespannt ist zwischen einer Konsumkultur und der verhallenden Ahnung einer universellen Weisheit bezüglich des Lebens. Die Seiten der Geschichten sind gepflastert mit grotesken Alltag-Zeteils, viel ist die Rede von einer post-adoleszenten Angst, welche diese Geschichte zementiert. Extrem amüsant ist diese kurze Sequenz, in der sich Edith Becker anvertraut, warum es ihr manchmal schwerfällt, erfolgreich zu masturbieren. Und Klaus schlüpft sozusagen in ihren Kopf und wir können ihr etwas triviales Kopfkino sehen. Doch ihr unstetiger Geist sorgt dafür, dass sie innerhalb dieses Szenarios immer irgendeine Seitenstraße in ihrer Vorstellung nimmt und damit ein ganz anderes Kopfkino aufmacht. Doch bevor sie bei diesem Kopfkino richtig in Stimmung kommen kann, sind ihre Gedanken in die nächste Variante abgedriftet. Er hat einfach diese extrem charmante Art, die Richtungslosigkeit eines Menschen festzuhalten. Ghost World ist eine Summe aus acht Kurzgeschichten, die Klaus ursprünglich in seiner Anthologie 8-Ball publiziert hatte. Und 8-Ball war ein ganz großer Wurf und sichtlich richtungsweisend. Es ist der Beitrag eines Künstlers, der sein Schicksal selbst in die Hand nimmt und eine Solo-Anthologie zu zeichnen beginnt. Er war sicher nicht der erstete die Start, doch 8-Ball mit seinem vielseitigen Underground-Comic-Stil wurde schnell Kult. Anthologien sind schon lange Brot und Butter von Comics-Zeichnern und häufiger mehr das Werk eines Kollektivs. Eine der berühmtesten Anthologien wäre sicherlich die legendäre Reihe Love and Rockets der Hernández-Brüder. Doch eine Anthologie im Alleingang zu betreiben und das auch noch 23 Ausgaben lang ist schon eher selten, denn nicht viele Comic-Künstler besitzen die kreative Ader und das Volumen, um das alles im Alleingang zu stemmen. Zu solchen Projekten gehört eben die Fähigkeit, den eigenen Stil von Story zu Story zu variieren. Ghost World war somit eine Serie, die 8 Ausgaben lang Teil des 8-Ball Projekts war, und zwar von der Ausgabe 11 bis 18. Die Gesamtausgabe von Ghost World gibt es nun in verschiedenen unterschiedlich luxuriösen Ausgaben. Ich habe die konventionelle Ausgabe von Fantagraphic Books. Ich kann nicht beurteilen, wie gut der Comic nun ins Deutsche übersetzt wurde. Das hier ist einer der eher seltenen Fälle, wo es darauf wirklich ankommt. Und falls du gut Englisch kannst, würde ich das Original schon empfehlen. Es ist amüsant, sich das Impressum anzusehen und festzustellen, dass meine Ausgabe Erfolgreicher Comic. Ich möchte auch einige Worte über das Technische verlieren, weil das extrem interessant ist. Ghost World ist ein zweifarbiger Comic, was bedeutet, es gibt eine Linienfarbe, also schwarz, und es gibt eine bunte Zusatzfarbe, welche die Rolle von Schatten übernimmt. Wer die letzte Folge des Podcasts gehört hat, erinnert sich vielleicht, dass ich da über Screentone erzählt habe und wie dieser angewendet wird. Ghost World hat keine Screentones, denn Klaus verwendet hier nämlich Rubilith. Rubilith ist eine farbige Maskenfolie, die früher zum Beispiel in der Welt der Schaltkreise und Halbleitern verwendet wurde. Dieser musste dann über die Zeichnung gelegt werden und überall dort, wo der Schatten nicht gebraucht wurde, musste die Folie sozusagen reduktiv ausgeschnitten werden. Also sehr viel Arbeit, denn Klaus benutzt diese Rubilith-Flächen extrem gekonnt und sehr detailliert und vor allem sehr häufig. Interessant ist, dass er in dem ursprünglichen 8-Ball von einer Folge zur anderen die Farbe der Folie änderte. Für die Buchausgabe entschied man sich dann für eine vereinheitlichende Farbgebung und zumindest in der gängigen Hauptausgabe, die am meisten verbreitet ist und die ich hier habe, entschied man sich für Giftgrün mit so einem ganz leichten Jägergrün oder Patinagrün Anteil. Das ist extrem ungewöhnlich und geradezu exzentrisch, aber es fällt auf, dass man sich daran wirklich schnell gewöhnt oder einstellt und dass diese Farbgebung eigentlich gut diese etwas neurotische Welt der beiden jungen Frauen begleitet. Was den Vergleich mit dem durchaus erfolgreichen Film betrifft, so möchte ich da ausnahmsweise gar nicht so kritisch sein. Verglichen mit anderen Beispielen ist das eine verdammt gelungene Verfilmung einer Comicsvorlage. Klaus hatte das Drehbuch geschrieben und war an der Produktion beteiligt. Das stärkt das Vertrauen in den Film. Und natürlich musste man die Storylines etwas eleganter verbiegen, denn ein Teil der ursprünglichen Comics-Atmosphäre von Ghost World besteht darin, dass beide Protagonistinnen so etwas Zielloses haben, bar jeglicher Dramatik, was den Reiz der Story ausmacht. Ein Film verzeiht so etwas nicht unbedingt und so muss man für den Film die Geschichte etwas runder machen, etwas mehr die Anwesenheit der berühmten drei Akte andeuten. Ein massiver Unterschied ist die deutliche Vergrößerung der Rolle, die von Steve Buscemi gespielt wird. Und das ist eine gute Sache, denn wir alle lieben Steve Buscemi. Natürlich wirken die beiden Mädchen Enid und Becker im Film ein wenig anders als die meisten sie vermutlich von den Seiten des Comics rezipieren. Das aber ist unvermeidlich. Denn wenn eine solche Gestalt nun mit einer lebendigen Person besetzt wird, muss man dieser Künstlerin auch die Chance geben, ihr eigenes Ding zu machen und etwas von sich selbst an den Spieltisch zu bringen. Somit es ist unvermeidlich, dass sich die schauspielerische Darstellung einer Comics Gestalt häufig anders anfühlt, als man es individuell und subjektiv beim Lesen des Comics wahrnimmt. Aber das ist dann auch der grundsätzliche Unterschied zwischen Comics oder Buch und einem Film. Denn Filme präsentieren eine deutlich mehr abgeschlossene Handlungsgestalt, die dem Zuschauer dann auch ein wenig mit dem Suppenlöffel verabreicht wird. Während die Gestalt auf den Seiten eines Buches letztendlich vollständig der Fantasie und der inneren Gesinnung der Leser ausgeliefert ist, sie in ihrer gesamten Erscheinung selbst zu formen. Ein Comics ist da ein Mittelding aus beidem, denn hier übernimmt der Zeichner schon mal deutlich die formale Aufgabe für uns zu definieren, wie die Person aussieht und wie sie auf uns wirken soll, aber eben nur in einer sehr stoischen und manchmal geradezu rudimentären Weise. Da bleibt also noch viel Raum für die Rezeption durch die Leser. Der Film oder die TV-Serie räumt all diese Nebelschwaden freilich beiseite, denn da erhält man eine kompromisslose Repräsentation des Characters durch Schauspieler, die oft alles, was sie im Register haben, dann hinein injizieren. Doch wie gesagt, ich fand Enid und Becker filmisch gut dargestellt, auch wenn ich sie mir menschlich stellenweise ein wenig anders vorstelle, aber das ist eben immer ein Teil des Spiels mit Comics und Film und ich muss an dieser Stelle auch gestehen, dass ich nur sehr geringes Interesse habe, mir Comics verfilmungen anzuschauen. Das ist nicht so mein Thema. Ich habe immer das Gefühl, dass das so eine seltsame Ausbeutung ist, die den Mangel an originalen Ideen in Hollywood reflektiert und in 9 von 10 Fällen total belanglos ist. Auch ist die Verfilmungskultur schuld daran, dass schon wieder 99% der Weltbevölkerung beim Stichwort Comic wieder nur an Marvel und DC Superhelden denkt. Gehen, gehen, gehen. Wie dem auch sei, Ghost World von Dan Klaus ist ein Meisterwerk und garantiert nicht der letzte Comic von Klaus, den ich hier besprechen werde. Aber ich wollte eben mit seinem Klassiker anfangen, weil ich ihn nach langer Zeit wieder komplett durchgelesen habe und mich erneut davon überzeugen konnte, wie geistreich, wie witty Klaus ist und wie sehr diese Geschichten und diese Versatzstücke, die er da präsentiert, wie sehr sie vielleicht auch in einer nostalgischen Art und Weise meine eigene Jugend und Erinnerung reflektieren. Denn 90er Jahre, da konnte ich mich noch jung nennen. So ist das eben. Und in diesem Sinne, wir sind hier wieder fertig und es bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. The thief in the temple Escapism in the pre-apocalyptic era zuvor, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020